Moin Moin, liebe Leute und schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Jagd uns mit dabei, die alten Bekannten Bruce Willis und der Tag Daniel. Schönen guten Tag ihr beiden. Hi. Hallo. Wutenschön. Guck mal, ist das nicht schön? Au Wahnsinn. Wir fahren heute den Ford Raptor und die Jungs haben da hinten schon mal die Ladefläche kaputt gemacht, weil wir da ein bisschen rumgetrollt haben. Kommt bitte mal mit rein, das war ja sehr schön. Moment. Setzt euch mal bitte mit rein, ja genau. Kommt mal hier mit rein. Genau, ich will auch kuscheln. Oh shit, ich bin im Auto, ich verlier Leben. Ja, das man verliert immer Leben, wenn man einen Homebreak hat, glaube ich. So, ich würde sagen, jetzt können wir eigentlich zum Leichenschauer ausfahren. Bin dabei. Ich fahr Bruce, da gibt es grünen, ich fahr den roten mit der offenen Klappe und der weiße, kann sein, dass er die Farbe noch wechselt, jedenfalls ein guter Check. Wir machen heute Klatteradatsch und Bimbonbum und kurzes Intro und dann geht es richtig los. Oh yeah. Yeah. Daniel, 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 Daniel. Also das ist ne... Guck mal, das Auto da. Seht ihr das Auto? Nice. Spoiler Alarm. Jetzt wird gleich mal wegspringen. Performance. So. Random Cosmetic. What the fuck, wie seh ich jetzt aus? Ja, du kannst es nicht, wenn du kannst Maddox machen. Holy shit. Sehr gut, sehr gut. Spoiler Alarm, weg mit der Karre hier. Ja, Mann. Oh, ne Kisse. Oh, Vorsicht, Heidenberg ist so, Alter. Hau, da geht's auf dich, der Typ. Guck mal, der Typ in dem... Was? Ja, Mann, das ist Heidenberg. Okay, auf die, auf die, was auch immer, auf die. What? Okay. So, Jungs, was machen wir denn heute? Karretausflug. Warum sieht dein Auto nicht so scheiße aus, sag mal? Keine Ahnung, irgendwie, irgendwie so random. Aber ich find's irgendwie cool, der hat irgendwas. Das sieht halt mega kacke aus, oder? Echt? Also, ich bin halt nicht so gern Mainstream. Das ist ein Teil vom anderen Auto. Ich bin halt nicht gerne Mainstream. Ich bin so eine alte Schraubendele im Auto, man erzählt. Ich bin halt ein bisschen anders. Mach mal jetzt hier hin und wieder. Machst du wieder hinter uns, guck mal. Das ist okay, anders zu sein. Boah, no. So, jetzt. Guck mal, wer wegfährt extra, dass ich das machen kann. Das war schön, so ein schöner Backflip. Ja, komm, lass mal ein bisschen, lass mal, lass mal, hey, lass mal normal im Straßenverkehr fahren. Das haben wir auch noch nie gemacht. Okay, komm. Warum nicht? Dann lange wir das aushalten, bis die Cops kommen. Wer wird euch gejagt von uns? Ich, natürlich. Ja, meine Hupe ist cool. Nein, der ist cooler. Das hätte ich davor mit einem Priester gebraucht. Das ist ein bisschen schneller kannst du schon fahren. Wir sind nicht so wesentlich. Wir müssen wenigstens ein bisschen schneller fahren als der Traktor da vorne. Ja, das wäre gar nicht immer so schlecht. Oh, shit. Ich habe IC-ZP hier, Mann. Ja, das ist nur auf der Straße. Oh, das ist nicht direkt. Was macht denn die hier? Geh mal weg, ja. Weg da, weg da, weg da. Wow. Ich kippe es gut, ehrlich. Das war knapp. Warte, ich brem mal kurz. Einfach nur, weil ich kann. Oh, du bist schon. Achtung, nichts von dir ist C4, Bruce. Vorsicht, C4 auf der Straße. Ah, ich, ich, ich. Pass auf. Da liegt ein brenner Traktor auf der Straße. Guck mal, schon wieder der Wicks. Was ist mit dem los? Das ist ein Zeichen. Wir müssen in der nächsten Folge fahren. Ja, Mann. Genauso wie den Golf, den wir nie genommen haben, ne? Ja, den habe ich halt rausgeschmissen. Also bis jetzt ist es ja eine wunderschöne, normale Fahrt. Ha! Ja, genau. Scheiße. Ich bin gleich weggespringen werden müssen. Rums, Achtung, C4, C4, Vorsicht. Oh, 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 oh. Ich habe ihn gewarnt, ich habe ihn gewarnt. Das ist ein Fall schon gewischt. Nope. Hier rechts ist die gut. Ja, hier rechts ist gut. Ja, ist nice. Oh, schön. What the? Das war eine schöne Aktion. War nicht gewollt. Richtig, wir fahren, weil er mich hinterher gefahren ist mit dem C4 rum. Hallo. Du kannst eigentlich mal in der Folge auf den Mount Chiliad rufen mit einem Auto. Das ist ja cool. Ja, lass mal hochfahren. Dann müssen wir aber erst mal hinkommen. Du nennst ihn ja immer so schön Mount Chiliad. Fuck. Wie heißt es Chiliad oder wie heißt er denn? Der heißt Mount Chiliad. Guck mal, yay. Oh, nice. Drauf kann man schön chillen. Wo haben wir den Mount Chiliad? Ja, direkt vor uns. Siehst du ja nicht, oder was? Warum fahre ich immer so schnell? Dann links von uns. Fahr links ist er. Ein cooles Auto. Ich habe nichts gemacht. Ich habe die Route da. Ich bin eine alte Dame. Das sind meine Hupe ändern hier. Wie das klingt, man. Nein. Da sieht man Mucke hiermit. Schön. Bruce, wohin fährst du? Chiliad. Okay. Okay, bin dabei. Ich habe auch eine coole Hupe. Auf geht's. Das ist schön. Das ist ein bisschen wahr. Blablabla, Götterfunke. Mann, ey, der scheiß Bauer ist mir reingefahren. Auto. Fuck. Wollen wir kurz bei der Kirche anhalten? Hier ist schön. Aber nicht schon wieder. So ein Gottstamm-Beta. Oh, shit. Vorsicht, C4. Oh, oh. Ah. Eigentlich wieder ein Sterne. Höchst explosiv. Nach Monschiliad. Du fährst in die andere Richtung, oder? Ja, ich habe gerade geguckt. Die Schweine hat so ausgesehen, sonst könnte man da rein. Aber geht nicht. Ja, hier links. Hier übrigens. Oh, no. Ich hätte auf mich geschossen. Oh nein, mein rotes Auto. Oh Mann, oh. Warte bitte kurz. Ich freu mich zu euch. Okay. Ich helfe dir so lange mein Auto. Oh, da kommt zu dir. Da will ich doch wohl irgendwer. Was macht denn der da? Was hält denn der Typ? Sehr gut, sehr gut. So geht man mit den Leuten aus der Tagung. Uh, schwarz ist aber auch schön. Ja, ist auch nice. Muss noch ein bisschen Tuning-Parts reinballern hier. Bei mir wird schon wieder Nacht. Das ist unglaublich. Irgendwie passen meine Reifen gar nicht zum Rest. Ich bin fertig. Auf geht's. Ja, wir haben es auch. Vielleicht direkt hier wieder. So. Da liegt irgendwo C4, Mann. Ich werde da wegschauen. Ah, ich sehe im Übrigen auch die Strecke von dir. Oh, guck mal. Genau, das sind diese Monsterschilder. Hast du, was ich meine? Ja, ja. Ah, du siehst die Strecke von dir. Ich sehe die Strecke von dir, ja. Ich, ich. Und links, dann nimm ich. Schade. Ich folge unauffällig. Ich war ein bisschen extra, muss schon sein. Ich fahr hier mal. Oh, was für ein Drift. Oh, Jungs, hallo. Ich bin hier drüben. Hallo. Was? Wo ist? Ja, ne? Kommt gern. Wieso? Alles gut. War es Ralf? Ah, da kommt schon. Noch zwei Leute mitgenommen. Passt schon. Da vorne ist Straßensperre. So ist es aus. Rache die Polizei. Schön. Da war. Da war sie. Rest in peace, Bullerei. Oh, der sieht es aber auch cool aus. Der eine Copping von einem Auto. Oh, schön, Bruce. Oh, oh. Das nenne ich, äh... Hallo. Cogs. Keine Ahnung. Cogs. Ich dachte natürlich, er hat einiger Liegen bei den Cogs. Das war ja klar. Fahr weg der... Janiel. Äh, Janiel. 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 Ja, die kommen so ein bisschen von oben. Oh, da bin ich wieder. Wecker back. Dankeschön. Helikopter. Oh, krass. Der Cogs ist rein. Wir machen den Weg frei. Wow, scheiße, nein. Geh das doch wieder. Nein. Du hast ja überhaupt nicht daß, ey. Shit. Nein, ich wohne da fast. Werner hat's gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Äh. Ich komme eh. Äh. Ich habe aus Versehen F3 gedrückt. Jetzt bin ich bei meiner Markierung. Also ich hab's geschafft. Ich bin oben. Cool. Hast du dich hochgeportet? Nein, aus Versehen, Mann. Ich habe F3 gedrückt. Oh Gott, ich komme zu Ruhig. So, ich bin ja allein so. Na ja, den Weg da hoch, den schaffe ich schon noch. Check, umdrehen, umdrehen. Du musst uns die Helikopter auf jeden Fall vom Hals schaffen, Bruce. Yes. Oh, shit. Oh, die ist da runter. Fuck, hier kommt man nicht rauf. Komm schon. Du musst du den. Lenken, lenken. Oh, hier, die Kopf sind gerade den Hang runtergefallen. Auch nicht schlecht. Ja, schön. Oh, der ist doch gerade nicht wahr, wie ich falle. Oh, hier ist so eng. Du kannst es ja, du kannst es ja zu uns porten, Bruce, einfach. Bin ja, aber ich. Okay. Ich hab mich hier irgendwo im Tunnel gesponnt. Oh, shit. Oh, shit. Wow. Das ist aber nicht der Weg nach Markier. Meine Markierung ist weg. Auf einer MT-Grund sind Kops. Also mit dem Teil kannst du alles wegrammen, das ist schön. Ja, die Karre ist super, oder? Ja. Ich bin tot. Oh, Kumpelstau. Okay, lass die Kops hier wegmachen. Lass die Kops hier wegmachen. So. So. Pass auf, das steht ganz schnell da an uns dran hier. Oh, 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 oh. Okay, wir können weiterfahren. Geh bei dir mal kurz. He's back up. Ah, was ist denn mit, ah, Bruce, bist da. Ja, ja. Rechts runter, rechts runter. Okay. Ich folge. Und Chili, das ist aber links oben. Ja, ich weiß. Also siehst du die Straße noch? Ja, ja, ich sehe die Strecke, die von dem Waypoint hier noch gemacht hat. Ja, ich sehe sie nicht mehr, weil ich schon da war. Ja, und ich fahre genau auch rein. Jetzt ist der weg. Warte, ich mach da nochmal eine hin. Aber das ist eigentlich eine ganz coole Idee, dass wir versuchen, irgendwo Ziel zu erreichen. Oh, shit, Alter. Oh, guck mal, die Olle da. Ich hab gehobt. Ich lieg flach. Alter, dieser Weg, Mann, ey. Was sagt denn hier? Der ist ja weg. Aber wir haben ja Steine drin. Das beste Auto. Eigentlich schon, ja. Gut, das Ding ist eigentlich für Mountainbike nach unten gedacht. Aber, hey. Geht ja auch nach oben. Absolut. Mit dem Raddach. Geht alles. Plus, kannst du ihn mal bitte hinten reinsetzen. Ich will zu gern sehen, ob das funktioniert. Hinten rein? Ich glaube nicht bei dem Auto. Also hinten rein, da hat keiner was dagegen, oder? Ach so. Rack, da wollte ich nochmal rein. Ach so. Da fahre ich doch hinten raus. Probier's mal. Auf Wiedersehen. Habe ich dich überfahren? Ja. Sorry. Oh shit, ich war halt den Berge gepackt. Das ist da jetzt. Warte. Oh, das sieht so nice aus mit deiner Medinke da hinten drauf. Ja, versuch mal zu fahren. Moment, den schieß ich weg. Und. Ah, what the fuck. Ich hab fast abgeschossen. Was war das für den Geil? Steig lieber ein, du. Okay. Hey, Bro. Scheine Arme upgrade gemacht, du Pfeife. Habe ich doch. Nein, hast du nichts aus dem Glatten? Nee. Doch. Das sieht nur so aus. Wie geil, die Cops hinter uns einfach den Hang alle runterkürzen. Weil sie nicht hochkommen. Siehst du das? Pass mal auf der Kopf hinter uns. Der kommt gar nicht hoch. Okay, ich hänge fest am Hang. Naja, aber sich über die Cops lustig machen, ne? Ja, es war halt ein bisschen zu wenig Schwung. Stirbt. Bis halt auch Offroad-Reifen da draufpacken, ne? Oh shit. Gleicher, die Cops. Ich will nicht runterfallen, ey. Sehr gut. Ich krieg die Cops nicht weg. Oh nein, nein, nein. Ich will umdrehen hier. Der Heli. Ach da. Habe ich keine Lenksaketen? Geh schon irgendwie hin. Komm schon Auto auf. Genau, Alter. Ich kriege keinen Grip mehr, ey. Na, wir mal talken. Warum geht das so? Geh nicht. Ach so, jetzt wäre ein Controller sehr, sehr nützlich, wenn du langsam anfangen kannst. Oh shit. Oh fuck. Nein, 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 Ralf. Das ist eine schlechte Idee, Mann. Oh, das ist... Ich habe euch im Visier, ne? Ich komme da nicht mehr hoch, Mann. Egal, wo ich... Soll ich helfen? Ja, wie? Na gut, das ist... Abschleppen? Ja. Abschleppen. Wow. Okay, jetzt aber. Ey, hier gibt es nichts, wo man gerade starten kann. Ah, jetzt. Endlich habe ich wieder gehört, ey. Vorsicht. Okay, I'm coming. Heli fliegt. Okay, endlich, Mann. Überstehende Kops, Robert. Was ist hier los? Ah, ein Kopp-Autos. Ich balle die gerade auch sehr fröhlich weg hier. Okay, sehr gut. Nice. Wir sind auf einem guten Weg, Mann. Okay, wir sind wieder da. Ich frage mal, wie du da wieder wegkommen willst, ey. Och, wird schon irgendwie. Ne, glaub mir, wir haben gerade... Ich muss einen halben Kilometer runterfahren. Echt? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay, hier safe. Hier safe. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Der Heli, den ich abgeschossen habe, ist gegen mein Auto. Ich bin dahinter gestanden und bin tot deswegen. Okay, neuer Heli. Shit. Das sah ganz so geil aus. Fuck. Was ist da los mit der Gun hier? Oh nice. Oh shit. Ja, komm ich auch mal hoch? Ja, spawnt euch mal ein Auto. Wie ist das nochmal? Rebell. 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 Wie schreibt man das? Rebell. E-E-L. Moment. Danke. Rebell. Rebell. Das war, das war, das war, das war schön. Rebell. Ja warte, ich spawne lieber einen zweiten Mann. Spawne lieber zwei, ja. Boah, Alter, Kaffeebraun hier. Ist dir ein bisschen leise geworden, Bruce, bei mir? Weil ich nicht direkt ins Mikro geredet habe. Ja, bitte ändern dir das, unbedingt umgehen. Oh nein. Ach komm schon. Ach. Lass mich auch mal geschossen. Ja, weil du dumm bist. Ja, weil du dumm bist. Ich tu nur so. Du hast hart verdient. Ah shit ey, da geht ein Hände runter. Oh fuck. Nice. Bruce, hör auf zu parken. Okay, jetzt sind wir so weit, fahren wir weiter, ja? Haben wir die Tour wieder? Ja. Ja, ja. Warte auf dich. Bin da. Ist das eine gute Idee, dass ich als erster vorfahre? Ja, dann bist du auch der, der als erstes Stück und den falschen Weg fährt, zum Beispiel, oder? Nee, der ist guter Weg. Oh shit, oh shit. Oh ne, oh ne. Ja, hab ich gefahren. Fahr auch rechts, aber man. Oh oh. Du hast voll Bock mit der Karre, hier lang zu fahren, man. Ja, man. Irgendwie glaube ich, dass ich das nicht schaffe. Da musst du cheaten. Oh shit. Stein, 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 Stein. Oh no, fucking way. Hier ist auch wieder safe, ne? Oh Gott, hier geht so krass runter links, ey. Leck mich am Arsch. Mann, ich brauch Schwung. Ja, du musst ein Stück zurückfahren, dann. Alter, dieser Weg, Bruce, ey. Was ist das denn hier? Wie gesagt, dieser Weg, der hat Steine drin. Voll nice. Viele Leute haben mich auch immer gefahren, so bitte fahrt mal auf den Mount Chiliard. Chiliard? Chiliard. Chiliard. Oh shit. Hallo. Oh shit. Ich hätte auch Bock auf Chili. Zurück, 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 zurück. Komm, rück was raus. Oh, hier ist's geil. Oh, ich häng wieder fest hier. Nein, 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 nein. Was ist los? Ich will nicht runter hier. Nein. Soll ich dich anschieben? Komm schon. Nein, ich verstehe. Alles gut? Warte, warte, warte. Ja, ich stehe halt ein bisschen quer. Oh, nee. Jetzt krieg ich ihn auch nicht mehr hoch. Okay, 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 alles gut. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt müssen wir wieder lauter, lauter Bergsteiger, Mann. Die Fenner. Oh, der fährt mir voll vor's Auto. Ich bin voll vor's Auto gelaufen. Der fährt dir voll vor's Auto. Ja, das war deutsch. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. An, anschubsen, anschubsen. Nicht in die Richtung. Oh, 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 oh! Ja, Mann, ja, Mann, nein! Weiter, weiter, weiter! Lauf es los. Go, 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 wir schaffen's. Oh, Mann, die Helikopter gehen mir gar nicht auf die Nerven, ey. Wir können mal Halligalli machen, Alter. Voll geil, hier Unzickel, Mann. Und wir kennen uns hier aus mit Berge, ne, Bruce? Wir können das. Eigentlich wohne in Bayern, ja, also bitte. Wir haben auch die Nerve. Au, ein Bayern! Ja mei, super. Ja Bruce, sind wir an das Aufhalten da vorne? Wir sind doch oben, Alter. Was soll ich denn hier aufhalten? Ja, die sind weiterfahren. Komm, bleibst du stehen. Weißt du, die hier oben sind? Ja, dann müssen wir runtergucken oder was. Geht's wieder runter? Geh wieder runter? Ah ja, aber den Weg bitte, den Weg. Okay, schnell. Solange wir das aushalten, solange wir das schaffen. Oh shit. Solange wir das aushalten und ich fliege schon durch die Gegend, Mann. Ich seh ihn nur noch wegfliegen, Alter. Forte ich mal zu mir, Bruce. Was denn haben wir da? Forte ich mal zu mir. Glaub ich schon. Forte ich jetzt zu mir. War mal geil, Mann, ey. War gut, ey. Hallo. Wuhuuu. Wuhuuu. Bruce, du warst in mir. Okay, langsam. Mach Licht an und langsam runter. Langsam, langsam. Warum Licht an? Bei mir ist das? Naja, solange es halt... Woah, Woah, Woah geht. Da, 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 da. Das ist sehr gefährlich hier. Das ist sehr gefährlich hier. Alter Schwede, ey. Was für eine Gratwanderung. Also ich finde, ich find's schön. Woah, 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 Woah. Oh, schön gefangen. Okay, leicht abseits, leicht abseits. Wieder zurück. Nein! Nein! Oh, what? Ich hab den einfach mal nie Luftgejagd, in den ich ihn hier reingefahren bin. Hast du den Kopf direkt gesehen? Oh, shit. Wow, scheiße. Ich hab nichts gemacht. Einsteigen, Bruce. Sehr gut. Okay, weiter. Ich bin bereit. Go, go, go. Wo geht's hier hin? Ach du Scheiße. Immer die Straße runter. Ach du Scheiße. Immer die Straße runter. Oh, fuck. Guten Flug, Alter. Dankeschön. Ich komm wieder hoch. Vorne kommen die Cops. Vorsicht. Ora 11. Yeah! Aber wir landen auf den Neif. Irgendwie so. Okay, jetzt nochmal ein Slip und dann nach vorne und zurück. Achtung. Okay, da unten ist die Straße. Komm, wir haben es geschafft. Ah, ich komm nicht mehr hoch. Du musst ja auch nicht da. Ist ja schön hier unten. Scheiße. Warum bin ich jetzt im Chat? Der war gut, Mann. Du bist im Chat, dann musst du Enter drücken. Hab ich da rausgekommen. Fuck. Fahr mal ein bisschen. Fahr, 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 fahr. Ja. Wow. Wo ist denn, wo ist denn der Check zu der Daniels? Ich bin da. Moment. Hinter uns genau. Oh. Oh. Was war das? Ich seh ihn da hinten. Da pautet er sich durch die Gegend. Wir sollten gleich hier weg. Sonst war ich jetzt in zehn Jahren wieder hier. Ich dachte nicht, nein, nein, nein. Oh. Sorry. Ah. Wow. Okay, bin weg. Schön. Heisenberg. Ah, shit. Oh, Mann. Gib mir mein Meff zurück. Hey. You can't see the airfield. B4, die Container hier. Oh. Okay, ich würde sagen, hier ist gut zum Verschanzen und zum Cops jagen. Alles klar. Vorsicht, Bro. Nehmen wir das. Wow, 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 Alter. Oh, schöner Helikopter hier. Unsere Linken. Oh, shit. Oh, 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 oh. Nicht schon wieder. Warum nicht schon wieder? Das gibt's doch wohl nicht. Du bist mir voll reingedankt. Sorry. Ah, scheiße. Was auch immer jetzt bei mir passiert ist, aber jetzt meine Aufnahme im Fenster ist, warte mich bitte nicht, warum. Deswegen würde ich sagen, ich bin erstmal raus in diese Folge, weil das ist nichts weggefahren. Danke fürs zu gucken. Danke, Zeichen. Danke, Bruce. Deine nächste Folge. War super nice, Leute. Bei uns geht's halt noch weiter, ne? Ciao, Leute. Ciao. Geh mir nichts auf, bevor ich count bin. Ich auch nicht. Aber alles ist raus, Bruce. Tschüss! Da ist noch einer! Oh shit! Ich bin auch down. Ich weiß. Dann, Daniel. Back at it again with the White Dance.